So, hallo meine lieben Freunde und zwar geht es darum, dass ich jetzt mein altes Album, was ich jetzt mal vor einem Jahr fertig gemacht habe, jetzt hochgeladen habe. Ich habe es damals schon hochgeladen, aber der Link funktioniert irgendwie nicht mehr, deswegen musste ich es jetzt nochmal neu hochladen. Und ja, den Link dazu findet ihr in der Beschreibung. Eigentlich ist es eine EP, aber die meisten wissen ja gar nicht, was ein EP ist, also nenn ich das Album. Dann könnt ihr gerne das runterladen, wenn ihr wollt. Und zweitens, was ich noch sagen wollte, ich habe so eine Fanseite, da könnt ihr T-Shirts kaufen oder so. Ja, doch, T-Shirts, glaube ich, gibt es bis jetzt nur. Und ja, da ist einmal das Cover vom Album, mein altes Logo und mein jetziges Logo. Da könnt ihr gerne mal drauf gucken und könnt ihr euch eins bestellen, wenn ihr wollt. Ja, das alles geht, aber der wird dann nicht über mich gemacht, also ich werde das nicht abschicken oder sonstiges, sondern von den Leuten, die das dann machen. Die schicken das dann halt ab und ihr kriegt das dann auch sofort. Und ja, gut, dann sage ich euch mal Dankeschön fürs Zuhören. Guckt mal in die Beschreibung, da ist der Link zu der T-Shirt-Seite da und zu dem Album ist auch der Link. Da könnt ihr es runterladen, kostenlos natürlich. Gut, dann bis dann. Tschüss.